Will Flasche! Du hast keinen Durst mehr. Dein Verlangen ist gestillt, für immer und ewig. Ich habe keinen Durst mehr. Mein Verlangen ist gestillt, für immer und ewig. Die Kraft, die in dir ruht, findet nun einen Weg an die Oberfläche. Du fühlst dich frei und bereit für neue Erfahrungen. Die Kraft, die in mir ruht, findet nun einen Weg an die Oberfläche. Ich fühle mich frei und bereit für neue Aufgaben. Gut, gut. Kommen wir nun zur Ausbildung. Wie ich sehe, befinden wir uns in einer höchst ungewöhnlichen Situation und das endet meist in sinnloser Hektik. Also gut. Nehmen wir also die Kurzfassung. Gut, gut. Ich komme nun zur Ausbildung. Hör auf mit dem Quatsch. Wir müssen uns jetzt auf das Wichtige konzentrieren. Also hör mir jetzt gut zu und lern mir. Habe Teil an meiner Weisheit. Ich lehre die Kräfte des Gedankenlesens, des Gedankenkontrollierens, der Vorhersehung und der Telekinese. Was kann ich dir beibringen, o Ausrangierter? Lehre mich die Kraft des Gedankenlesens. Ich denke nun an eine Zahl zwischen 0 und 9. Schüler, setze deine Kraft langsam und gezielt ein. Welche Zahl ist es? Es ist natürlich die 6. Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast deine Lektion gelernt. Meister, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Lehre mich die Kraft des Gedankenkontrollierens. Und nun bringe diesen Käfer unter deine Kontrolle. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Aber du musst dich besser konzentrieren. Meister, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Lehre mich die Kraft des Gedankenkontrollierens. Und nun bringe diesen Käfer unter deine Kontrolle. Laufe dreimal im Kreis und leg dich dann schlafen. Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast deine Lektion gelernt. Meister, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Lehre mich die Kraft der Vorhersehung. Wann wirst du zum ersten Mal die Kraft der Vorhersehung benutzen, Schüler? Jetzt. Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast deine Lektion gelernt. Meister, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Lehre mich die Kraft der Telekinese. Konzentriere deine telepathischen Kräfte auf einen der toten Tintenfischarme. Bewege ihn in die Höhe. Keine Eile, Schüler, sondern ruhig und sachlich. Mach! Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast deine Lektion gelernt. Danke, Meister. Möge die Kraft mit dir sein. Om. Ich sehe einen fetten grünen Alien daran herumschrauben. Om. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich den Billiglambrusco auf dem Stadtfest getrunken habe. Die vielen Knöpfe verwirren mich. Ich sehe einen Knöpfe. Und dann wiederholfen welche. Untertitelung des ZDF, 2020 Ob Sie versuchen, das groß abschließende, stellen Sie zu mir das Endziel dar? Es schädigt diese Welt, um zu sterben. Es ist enorm und die Welt zum scharfen Licht. Es untergeht für immer. Es verletzt und erinnert es Schmerzen. Oh, ich habe fiese Kopfschmerzen. Liegt mir das nur ein oder habe ich wirklich gerade diese fetten grünen Viecher verstanden? Ich befehle euch, achtet nicht auf mich. Egal was ich tue, ihr konzentriert euch nur auf eure Bildschirme. Was in unseren Schirmen aus? Muss das sofort überprüfen. Auch ich schon. Ich glaube, ich konnte sie ablenken. Jetzt kann ich mich an ihnen vorbeischleichen. Achtung an die Besatzung. Nehmen Sie Ihre Positionen ein. In wenigen Augenblicken werden wir die große Forderung auf den Planeten richten und aktivieren. Sie wiegen 98 Kilo. Körperfettanteil 29 Prozent. Sie sollten dringend etwas gegen ihr Übergewicht tun. Ach was, das blöde Ding funktioniert nicht richtig. Mal sehen, ob ich das lesen kann. Bitte Dateninput für Transport. Transportgegenstand handelt sich um… Ein Lebewesen? Ein Objekt? Bitte eingeben. Start- und Bestimmungsort. Bitte eingeben. Transportgegenstand. Das genaue Gewicht. Bitte benutzen Sie separat dafür Teleportinterne Waage. Achtung, trägt nur das genaue Gewicht ein. Anderenfalls ist der Transportgegenstand zerstört. Auf grauenvolle Weise. Kaputt ging bereits wieder Teleporter Waage. Gebrauch bitte Waage. Findet sich auf Brücke. Ich muss mich auf die Teleportfläche stellen, um teleportiert zu werden. Aber dann kann ich den Teleporter nicht bedienen. Da kommt wohl die Teleportstrahlung heraus. Ich werde das Ding nicht aktivieren, bevor ich nicht alle Einstellungen eingegeben habe. Wer weiß, was dann mit mir passiert. Mal sehen, ob ich das lesen kann. Da kommt wohl die… Mach… Mach…